Moin, ich packe heute fürs Turnier, weil ich am Sonntag ein Turnier habe und zwar gehen wir jetzt erstmal noch eine Reithose für mich kaufen, weil meine Reithose mir zu klein ist und jetzt werden wir das mal machen. Natürlich nehme ich euch jetzt mit. Untertitelung. BR 2018 So, ich habe mir jetzt eine Reithose ausgesucht und zwar ist die von Busse. So, ich werde mir jetzt noch ein paar Reithsacken fürs Turnier aussuchen, weil ich wieder auch welche brauche. Die sind voll schön. Ich glaube, die nehme ich. So, ich werde euch jetzt zeigen, was ich bei Reithsack von Topfauf eingekauft habe. Und zwar erstmal so eine Soundless Fliegenmütze von Equiline. Und zwar ist sie ja immer so aufgedreht in der Siegeerbung und geht richtig ab, wenn die Musik losgeht und Leute klatschen. Und diese Ohrenhaube ist dafür da, dass es ein bisschen die laute Musik und das Klatschen von den Leuten abhält, dass es das Pferd nicht so ab mitbekommt. Und die ist jetzt auch, glaube ich, in der Dressur erlaubt. Und die habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Und mal gucken, ob die morgen was bringt. Dann habe ich mir von Cavalieros so Reithsacken gekauft. Die sind dunkelblau und haben so einen rosanen Streifen und die sind einfach mega, mega schön. Dann habe ich mir noch neue weiße Turnierhandschuhe gekauft von Elt. Und die sind auch richtig cool, weil die haben hier so Glitzer. Und dann noch eine neue Turnierreithose von Busse. Die ist auch richtig schön. Ich brauchte wieder eine neue, weil mir wieder welche zu klein geworden sind. Und die haben hier so richtig schönes Glitzer dran. Und das gefällt mir auch einfach richtig gut. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich eine neue Turnierhandschuhe bekommen von HKM. Und zwar ist die einfach mega, mega schön. Die ist so weiß und an den Seiten halt so blau mit so einer weiß-blauen Kordel. Und hier wurde dann mein Logo drauf gestickt. Das sieht einfach mega geil aus. Und auf der anderen Seite das YouTube-Logo. Das war unter anderem meine Schwester ihre Idee. Und das sieht einfach mega, mega geil aus. Moin! Ich werde euch heute zeigen, wie ich den Hänger fürs Turnier packe. Und ich fange jetzt erstmal an mit meinem Sattel. Den hänge ich jetzt erstmal hier ganz oben rein. Und jetzt auch schon meine Trense. Dann haben wir hier immer so eine kleine Kiste, wo so Alltag-Tücher drin sind, Bremsenblocker, Blitzer-Hoofett, noch normales Hoofett und Main-Gummis. Und dann haben wir hier noch Leckerlis für Sissi. Die kommen einfach von hinten in so ein Fach rein. Dann machen wir mal weiter mit den Hufglocken. Die sind jetzt zwar noch ein bisschen nass, weil die gerade erst gewaschen wurden, aber die trocknen bestimmt noch im Anhänger. Deswegen tue ich die jetzt auch hier hinten rein. Dann haben wir immer auf dem Turnier ein Wasserkanister dabei, damit die Pferde auch was trinken können. Dann mache ich jetzt mal weiter mit meinem Pad und mit meinem Sattelwurf. Das kommt einfach hier über den Sattel. Übrigens habe ich mir auch eine Packliste geschrieben, damit ich auch nichts vergesse, was ich brauche. Und die werde ich einfach mal ganz kurz hier kurz hin machen. Dann machen wir jetzt mal weiter mit meiner Schabracke. Und so ist die ja neu. Und die kommt dann auch über meinen Sattel. So. Und jetzt haben wir hier meine ganzen anderen Sachen, zum Beispiel wie Fliegenmütze, mein Schack. Und dann haben wir hier noch Bandagen. Die hole ich mal raus. Die kommen jetzt auch mal hier hinten. Und meine Handschuhe können eigentlich auch in Anhänger. Und die Fliegenmütze auch. Ich überlege gerade mal, wo ich zum Hund hin soll. Dahin? Für die Tränze. Für die Tränze. Für die Tränze. Für die Tränze. Das ist eine gute 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 Tränze. Dann nehme ich mal meine Märty-Tags mit. Die sind hier drin. Da werde ich mir dann noch eins auf dem Tränier aussuchen. Aber ich denke, ich nehme das hier. So. Ach sehr. Meine Patches von Eskadron für meine Bandagen. Die tue ich mal zu den Bandagen da hinten hin. Und meine Bandagenunterlagen. Die finde ich richtig geil. Mit so Glitzer. Die kommen da jetzt auch noch rein. Achso. Und hier haben wir dann noch so einen Eimer. Für Trinken. Und noch so Schüsseln zum Essen. Dann haben wir hier noch Butter drin. Für Sissi. Und auf dem Turnier, da kann sie ja, da steht sie ja nicht in der Box und ist dann. Deswegen nehmen wir was mit. So. Dann nehme ich noch meine Gerte, meinen Helm, meine Spuren und meinen Halfter mit. Die Gerte kommt hier einfach ins Eck. Das kann ich jetzt auch noch dahin bringen. Das kann ich jetzt auch noch dahin bringen. Und was ich euch noch zeigen wollte, bevor ich die ganzen Sachen eingeräumt habe. Und da hinten steht noch eine Schaufel und ein Besen. Sieht man ganz schlecht. Ja, ich bin gerade hier. Und das habe ich auch immer auf dem Turnier dabei. Und jetzt habe ich eigentlich alles eingeräumt. Mein Jackett, meine Turnierreithose, meine Socken und alles. Das ziehe ich gleich morgen früh an, außer das Jackett. Aber das kommt alles ins Auto. Und das war es jetzt eigentlich auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Ein kostenloses Abo darüber würde ich mich immer mega freuen. Und bis zum nächsten Video. Bye. Ich habe euch noch ganz vergessen zu zeigen die Tür. Und zwar haben wir hier meine Startnummern hängen. Dann haben wir hier noch, manchmal hatten wir so über unsere Mehlengummies solche Ringe mit Glitzer. Und hier haben wir noch irgendwas, ich weiß nicht, was das da ist. Hier ja die Packliste. Dann haben wir hier noch so Lederpflegetücher. Und sonst noch eine Schere und noch Mehlengummis und so zwei Glückssprayer. Die haben wir immer dabei. Und das war es jetzt wirklich mit dem Video. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.